Unser geplantes Panel zur internationalen Frauenkonferenz, das muss unbedingt diverser werden. Die Konferenzleitung hat sich bei mir gemeldet, unser Panel ist zu weiß, sagen sie. Was sollen wir denn noch machen? Wir müssen neu besetzen, sonst sind wir raus. Was halte ich davon? Gar nichts. Naja, anhören kann man sich's ja mal. Wenn ihr das Ding jetzt für die Diversity-Quote benutzen wollt, das wäre schon krass armselig. Ich vertrete heute die Stiftung. Hier ist doch keiner. Ja, trotzdem. Du und Paula also? Ist ja interessant. Ich dachte, Flora und Paula, die waren ja die ganze Nacht hier. Letzte Nacht? Leute, ihr werdet nicht glauben, wo ich bin. Im fucking Brandenburg! Die nächste Nacht, wann sind wie weit das da? Was machst du hier? Und du willst Anmeldung für Frauen mit Gewalterfahrung sein? Bleib da ab. Ich brauch dich. Wie lange willst du eigentlich noch die Vorzeige schwarz aus irgendwelchen Talkshows spielen, ha? Was filmst du? Mach die scheiß Kamera aus. Du rettest also afrikanische Frauen? Ja! What the fuck? Das kannst du ja besonders gut. Ja! Lass es doch mal weg, wenn's darauf ankommt! Kann er nicht einfach mal die Leute zusammenreißen? Ja, natürlich! Ich hab'n guten Freund, der ist wohl! Ich will's nochmal versuchen. Will ich aber nicht mehr. Ich hab' keinen Bock, jedes Mal hier anzutanzen, wenn eure Diversity-Hütte brennt. Paula ist unten abgeschlossen. Scheiße. Ich dachte, hier passiert nichts, Paula. Leute, lass es doch alle mal unterschiedlich sein. Ist doch völlig okay. Keine Security. All right, people.